Ich überlege, ob ich das auch wirklich aus Quarz mache, sonst sieht das ziemlich ähnlich aus eigentlich. Quarz, Quarz. Ja, Jenny, was weiß ich. Lava ist natürlich immer... Lava, kannst du mal kurz zu mir runter? Hier unten am Eingang. Ja, du? Das ist aber in der Art noch ein bisschen. Soll das irgendwie symbolisch was darstellen? Ja, so ein Drache-Kopf. So ein chinesischer Drachen, ja. Sicher, ich werde hier absolut gedisst, ja. Meine Qualitäten als Lava kreiere, als Drachendesigner. Das hätte ich dir aber vorher sagen können. Hier so, dann tropft es runter in... In die Unendlichkeit. In die Unendlichkeit! Und noch hier weiter. Hier war Endlos-Modus. Ja, okay, das kann man nicht machen, sonst sterben die Leute ja direkt schon am Eingang. So gut, das ist wie Dark Souls. Ich habe bei meiner Grillparty gemerkt, dass die Leute sich dazu neigen, sehr leicht in Feuer zu hüpfen. Ja, wo du dich da reinschubst. Habe ich nicht! Sicher? Ja, ganz sicher. Ich sage daneben und habe Plätze gebaut. Ja, aber ich weiß nicht, wie groß wir quasi den Eingang machen wollen, das meinte ich jetzt generell, Jenny. Also sowas in der Art hier nur, oder wollen wir noch großartig was daraus machen dann? Ich glaube, ich würde mich nicht so wirklich mit dem Eingang beschäftigen. Der soll eher schlicht sein. Der Turm ist ja auch halt eher schlicht. Dann lachst du ihn doch. Guck dir das Jump'n'Run an, also du kommst hier unten raus, das teste ich doch gleich nochmal. Ah ja. So, ich brauche jemanden, der das testet als totaler Du. Pando, komm mal her. Ich, 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 ich habe das andere auch nicht geschafft. Okay, ja, dann komm mal her, Fabi. Okay, ich bin hier, ja. Wo ist er denn? Da, hier. Da unten, ja. Ach, da. Ja, ja, dann, äh, dann musst du jetzt hier irgendwie hochkommen. Ja. Du bist immer noch Jenny. Nein, ich bin wieder Jenny. Achso. Ich habe das Gefühl, Jenny kann das besser. Wo muss ich hinkommen? Wie lang? Irgendwie nach oben. Hepp, hepp. Und hepp, hepp. Also es ist jetzt schon echt gut ausgeschildert. Mit den ganzen Blöcken. Ähm. Das ist voll scheiße ausgeschildert. Das war der Linking-Block. Bin oben. Ja, noch nicht ganz. Wow. Ja, genau. Das sind nämlich die Sprünge, die ich übel verkackt habe. Ich wollte es jetzt aber auch nicht unbedingt länger machen. Jenny kann das. Jawohl. Siehst du? Das ist so easy. Huhu, 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 huhu. Ich bin aber überlegen, ob ich noch ein Arsch-Ding mache. Mach jetzt. Noch ein Arsch-Jump'n'Run. So von wegen. Ich mache euch alle kaputt. du brauchst jetzt einen Arsch aus Wolle ich dachte nur wo der Weg ist ich bin die einzige Jenny die das schaffen kann wow 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 du schießt zurück na warte wo ist denn Jenny da ich seh Jenny hier gar nicht epischer Jenny battelt funktioniert eigentlich das Ding hier noch Jenny welches Ding was das was das unterirdische Ding hier der Turm sieht aus wie eine Zigarette ich fand das sieht aus wie sechs Euro Klopapier ich weiß gerade nicht wo das Ding drunter ist hier nicht da ich habe auch gemerkt das wir gar nicht funktioniert aber auch noch wie eine Beleuchtung ist du musst mit rennen wer hat erkannt Leute schreibt sie die Kommentare warum müssen wir jetzt ruhig sein ja weil hoch so das war's nochmal Leute jetzt wenn es jemand erkannt hat dann ist es ein bisschen schnell und bisschen weniger abgehakt wie das Original äh bisschen mehr abgehakt ne weniger abgehakt wem will der will die was abhacken dir dir sehr gut Jenny hahaha high five so ich geh so ich geh erstmal gucken was was war wieder hinten produziert wo ist meine Ebene deine Ebene ist ganz oben dann also fast ganz oben brauchst du aber nicht spawnen warum nicht wir müssen auf jeden Fall auch gucken dass wir noch so Fallen im Übergangsbereich machen so ne also in diesem Treppenbereich dann auch noch so 1 2 Fallen sein dann die werden einfach von den Treppen runter das ist dann der Tower of God sagst du quasi ja ja genau Jenny aber der braucht irgendwie so einen epischen Namen dass man so runtergeschoben wird irgendwas muss da halt kommen noch aber ich habe da voll die gute Idee aber ich kann das bestimmt nicht umsetzen ja das kenne ich auch so ich habe auch ich habe auch voll die geilen Ideen teilweise und dann ist das so eine ganz komische Redstone Konstruktion aber die überhaupt nicht funktioniert ja genau wie meine äh Überlegung Hendo weißt du noch gestern mit dem Tauschautomaten und ich sag einfach so ich wir brauchen jetzt einen Tauschautomaten ich mach das jetzt und da habe ich da so 5 Minuten rumgebaut nach den 5 Minuten alles wieder abgerissen war kein Bock mehr eine Schnur oder sowas wäre auch mal ganz wenn man einfach eine Schnur hin machen würde die dann einfach irgendwas auslöst weißt du gibt's doch ja klar war jetzt auch nicht oh verlaut ich habe mich hingesetzt auf die Stufe ach so oh what the fuck warum ist denn hier so viel Lava keine Ahnung wo die herkamen was zum Teufel wer hat denn Hendo ich baue das schön hier oh Gott Hendo 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 geht auf jeden Fall in seinem Bereich auf die so befriedene alte Dame ey ich baue das schön hier aber ich habe mich nur gewundert warum was hier dann was das die Dörstel die Decke tropft dann habe ich gesehen du baust auch in dem Bereich mit Lava und allem das krieg nur ins Hervor und dann sieht man das nicht wegbaue das schön hier so dann gucke ich mal was dann lang die anderen bauen was macht denn die Juju gerade ja ja ich bin noch dabei wer macht denn immer welchen Treppenabschnitt die Jenny hat die Wehrmacht erwähnt wer macht ja genau das sagst du hier sagen wir doch Mensch Jenny ey wer ist denn für welchen Treppenabschnitt zuständig genau also erstmal ist jeder für seinen Bereich zuständig und dann können wir mal gucken was man so als Fallen so bauen du kannst natürlich immer sagen der Bereich zu dir ist erstmal immer das wofür du zuständig bist würde Sinn machen ja heißt bei dir wenn du wirklich der final boss bist also diesen kleinen halben Abschnitt da oben anfallen bau eine Kugel die runterrollt in Minecraft also so ein Würfel der steht einfach da steht und nicht rollt oh das wäre aber gefährlich oh Jenny direkt hier oben steht bei dir ein Creeper das ist mein Freund aha Jenny hat einen Freund wo ist er von ihm kennen naja jetzt ist er weg jetzt ist er weg hast du ihn rausgeschmissen nein umgebracht so jemand kommt wenn ich ins Haus ja ich glaube jetzt ist es so dunkel ja gar nicht doch voller Kanne aber die ist voll dunkel nein nein gehört so gehört so gehört so gehört so gehört so gehört so ja hier wird Hochdeutsch gesprochen ja ich rede ja gehört so gehört so gehört so ist kein Hochdeutsch Götzel habe ich verstanden was ich auch ganz gut wäre wäre wenn man hier hochklettert beim Hendo und direkt wenn man hochklettert ist so eine Druckplatte die dich direkt wieder mit so einem Katapult runterfeuert oder so beim Götzel Hendo da steht eine zweite Kugel aber bei mir ist es doch noch heller als bei Hendo oder so bei mir ist es doch noch heller als bei Hendo nein ich liebe dieses Wort einfach die Börse voll rein ja sind das für ein Köpfe hier die sind geil aus voll creepy aber bei mir sieht dann noch nichts aus wenn ich den aufsetze okay komm du musst sie glaube ich einmal platzieren bevor du ihn aufsetzen kannst ja ah ok wir hätten jetzt den Kopf runter geschmissen niemand kein Bock mehr auf den Kopf irgendwie das ganze aufziehen ich bin gerade am überlegen ein bisschen so eine Strecke Soulcent dahin machen das ist natürlich gut ja eine Strecke Soulcent ja den gibt es auch irgendwo auch also auf jeden Fall geil ist TNT macht den Leuten ja Schaden aber zerstört ja in dieser Welt nichts hier ne das ist ja auch schon sehr angenehm um Leute wegzuschubsen da trittst du auf eine Platte und dann kommt über dir ein TNT rausgefallen oder so ups weggeschubst du siehst einfach nur wie so sechs Leute direkt sterben oh ich hab's nur eben weggeschubst das krieg ich aber hin das ist amüsant muss ich sagen oder du erwischst dann halt die Leute hinter dir weißt du du trittst da drauf und dann kam ein TNT über dir rausgefallen da auf jeden Fall Dispenser brauchen wir da keine Dropper so so im Sportunterricht habe ich jetzt noch den Boden hier mit Weichbodenmatten ausgedacht da ach 4 4 ok 4 Ja, das krieg ich hin. Warten. So schnell wie die Leute hier hochhetzen, wenn sie alle drauf treten. Und die danach werden sterben, weil die ersten drüber kommen. Nee. Nee, 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 ich mach das schon ganz geschickt. Okay, ich bin gespannt. Könnte überhaupt nicht funktionieren, aber ich denke, dass ich es geschickt mache. Dann ist das immer so wie mein geschickt. Ich schaffe das, ich schaffe das. Wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf? Ähm, ich hab auf die Uhr geschaut, nicht. Das funktioniert. Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. 30 Minuten. Okay, cool. Okay, cool. Boah, weißt du, was ich so vermisse? Man müsste in Minecraft einfach Kabel nach oben bauen können, weißt du? Kannst du im Prinzip so eine Konstruktion mit Ritz und Focken. Du kannst sozusagen Block, Ritz und Facken, Block, Ritz und Facken, das alles übereinander. Und dann... Und damit inventierst du das Ganze. Genau. Nee. Nee, so gefällt mir das nicht. Alles noch weg. Die Frage, ob ich die Konstruktion von dem Redstone nach außen verlege, dass ich es außen um den Turm rummich mache. Wenn es gut aussieht, kann man das echt gut machen. Aber es sollte natürlich auch nicht zu viel Redstone sein, weil sonst leckt es für manche Spieler hier an der Stelle dann übel. Weil du kennst ja das Problem, wenn ganz viele Spieler auf einem Flex sind, dann kackt der es aber sowieso schon ab. Okay, Hendo, du hast gemeint, Redstone, Facken, Block, Redstone, Facken. Könntest du jetzt das hochverlegen? Ja, hochverlegen. Hier kriege ich von meinem Item das Powertool wieder runter. Genau, ich habe hier ein Powertool. Slash Powertool. Jetzt musst du hier eine Facke reinbauen. Ja, Moment. Oh, so. Ah. Wenn du jetzt die da drüben machst, ist die aus. Die da drüben ist wieder an, die da drüben ist aus. Und das würde sich dann ändern, wenn du da was hinschüppst. Das ist jetzt bis nach oben, Okasi, ja? Ja, aber das, warte, das muss man noch mal eins verändern. Das funktioniert so nicht. Eins muss das höher. Sag mal. Aber da ist es doch nicht dran, oder? Oh, Moment, wenn ich da drüben gehe. Das ist... Und jetzt drauf gehst, dann geht's auch aus. Dann siehst du mal, wie sich das Siegnerblender mit drauf ist. Ok. Ich bin mal ganz weit, das bis nach oben kurz zu machen. Bis zu mir. Das sind nur noch ein paar Stücke. So. Bisschen höher. Ach, du bist sauer. Ok. Genau. Genau. Ok, Moment, ich will jetzt was testen. Ja. Ok, ok, ich teste, ich teste. Tester, Tester. Tester, Tester. Tester, Tester. Hat der TNT hierhin geworfen? Ja, aus Versehen. Ist mir auf der Hand gefallen. So schwer. Achter, jetzt Schammerkopf. Ich wollte dich ja nicht damit abwerfen. Funktioniert so. Und du erholst runter. Das ist ohne Scheiß gar nicht mal schlecht, oder? Weißt du so? Wollt ihr mal kurz mal meine Falle sehen? Warte ganz kurz, ich guck gleich. Kommt einfach zu mir nach unten und dann lauft auch mal nach oben. Kommt halt ein bisschen zu verzögert, ne? TP-Fab. Aber vielleicht trifft es dann genau. Ok, wir lauf einfach mal hier die Treppe nach oben. Ja, gut, aber jetzt geht das nochmal. Normalerweise war das so. Ja, du kommst, glaube ich, nach oben. Hä? Und dann... Jetzt mal gucken. Und dann erstmal stehen bleiben. Genau. Ne, aber es dauert irgendwie zu lange. Ja, weil der Schalter halt eine ganze Weile dauert. Das müsste man theoretisch noch ein bisschen nach unten setzen. Aber ich finde es so gar nicht mal so schlecht, weil... Du könntest versuchen, kannst du nicht hier irgendwo... ganz unauffällig beispielsweise hier einen Schalter hinbauen. Und dann hier noch einen Block... Hier noch einen Block hinsetzen, dass man das nicht direkt sieht, weißt du? Dann sieht man den Schalter nicht. Dann liegt hier aber ein Spinnennetz, dann läuft der hier so drüber. Geht das auf der Treppe? Du willst hier quasi eine Schnur hin... eine Strippe... Ja, guck mal, das geht sogar. Guck mal, perfekt. Und dann muss so ein... Wie heißt denn das Ding? Wie heißt denn das Ding? Tripwirehook. Dann hängst du das hier dran. Hör mich! Was ist das denn da los? Was? Man kann ja beides machen, weißt du? Dass das zweimal ausgelöst wird. Wie löst das nicht aus, oder? Na, ich glaube auch nicht. Du kannst das aber auch auf eine Höhe machen. Also du kannst... Vielleicht muss man das, glaube ich, auf zwei Seiten machen, oder? Dass es festgezogen wird, sozusagen. Weiß nicht. Boah, ich hab mit diesen Schnüren, hab ich immer so Probleme gehabt, was da ausgelöst wird oder nicht ausgelöst wird. Warte mal, versuch doch mal. Hier. 12, so. Dass hier drüben noch eins dran kommt. Hä? Wie viel noch eins? Hier links? Ich seh keins mehr. Ich seh die rechts nicht. Ich seh die rechts nicht. Dann einfach ausgelöst. Ah, doch jetzt. Ja, man braucht beide Seiten. Moment. Mach mal da... Ja, stimmt. Ich kann einfach Redstone dann. Egal. Ja. Aber da aktiviert. Moment für die. Dann testen wir das Ganze mal. Gott. Kannst du natürlich erst mal so den Baden hinziehen. Musst du die Treppe vielleicht eins... Warte mal, warte mal. Das passt schon. Moment. Ja, das kann man noch ein Stück besser versuchen. Ja, das wird natürlich noch ausgebessert. Ob das aber... Okay. Mach mal durch. Du brauchst, glaube ich, ein Repeater dann noch dazwischen. Ja, das passt. Du brauchst, du musst. Ah, die Betragungsdauer ist einfach so lange. Das ist eigentlich schon schade. Ich meine, ich guck mal ganz kurz durch. Oh, komm, vielleicht zwei. Warte mal ganz kurz. Ich teste es jetzt nochmal. Wenn ich jetzt hier laufe... Ja, doch. Es kommt aber genau vor dir runter. Und dann kommt direkt noch eine. Hier, du könntest theoretisch... Hier könnte man Pistons hochfahren. Ja, genau. Du könntest hier einfach Pistons hochfahren lassen. Nicht da oben. Du kannst hier, wo die Dinger eigentlich sind. Hier kannst du schon hoch machen. Dann müssen sie erstmal drüber spielen. Man sieht dich nicht. Kannst du mal vanish? Ja, ich auch nicht. Ich sehe dich auch nicht, Hände. Die Crew. Hier. An der Stelle könntest du sie schon hochfahren lassen. Dann müssen sie erstmal rüberklettern, bis sie ein Explosierer suchen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das so eigentlich ganz in Ordnung, wie es jetzt ist. Ja, dann kriegen vielleicht die, die schon dran vorbei sind, noch ein kleines bisschen was ab, weil die dann sowieso erstmal so um sich gucken, hey, wo kommt das hier runter? Dann rennen sie weiter. Dann kriegen sie es ab. Und dann kriegen das die hinten dran sowieso nochmal ab. Ja. Ne, ich finde das so in Ordnung. Das muss ja auch nicht die Mega, äh, jetzt verstecke ich das Ganze hier noch ein bisschen. Und dann ist es doch eigentlich schon mal ganz lustig für den Anfang. So, war ich denn jetzt eigentlich nicht stehen geblieben? Ach ja, hier. Sehr gut. Da wir vorhin aber schon mal 35 Minuten waren, sollten wir langsam mal die Session beenden, würde ich fast sagen. Sonst wäre das dann echt wieder so übermäßig lang. Ja gut, können wir machen. Ja, gerne. Und dann sind wir... Kann man so machen, ne? Ja, kann man machen, ja. Dann würde ich nämlich sagen, verabschieden wir uns für dieses Mal und sind eigentlich schon ganz gut vorangekommen. Wir gucken mal, dass wir vielleicht im Offen auch schon nochmal ein bisschen weiter dran bauen, dass ihr da auch dann möglichst bald und auch natürlich, dass ihr dann nicht alle Fallen nämlich kennt, weil wenn ihr jetzt natürlich das dann hier seht, dann habt ihr natürlich gewisse Vorkenntnisse. Vielleicht machen wir sie aber gar nicht genau anders, dass ihr denkt, da ist eine Falle und im Endeffekt brauchen wir alle Fallen weg. Und dann ist da gar nichts mehr. Und dann seid ihr eure eigene Falle. Genau. Ihr versickert sozusagen in euren eigenen Gedanken an die Falle. Ja, ganz genau, ja. Denkt mal drüber nach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Das war's mit dem ersten kreativen Wochenende hier bei uns auf den Channeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall selber einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.